Oh nein Leute, das hier ist glaube ich das schwerste Video, was ich jemals aufgenommen habe. Denn heute werde ich so tun, als wäre ich Avatar, der Boss in Fortnite. Und das Schwere daran ist, Leute, ihr wisst ja alle, der Avatar benutzt keine Waffen, um sich zu verteidigen. Das heißt, ich darf nur die vier mythischen Avatar-Elemente benutzen, wenn ein Gegner mich anschießt. Und natürlich darf ich auch erst schießen, wenn meine Tarnung aufgeflogen ist. Das heißt, wenn ich einen Gegner sehe, muss ich erst mal warten, bis er mich anschießt und dann darf ich zurückschießen. Und natürlich werde ich heute auch ein bisschen ehrenlos sein und nach jedem Kill den Loser-Dance machen und schauen, wie die Gegner darauf reagieren, Leute. Es wird ultra krass und das erste, was ich natürlich mache, ist hier bei Aang landen. Denn wir brauchen ja auch die erste mythische Fähigkeit und wir wollen ja auch der einzige Avatar sein auf der Fortnite-Map. Das heißt, wir müssen Aang auch direkt eliminieren. Erstmal holen wir uns hier die Luftbändigung. Das Problem ist, was ich gerade merke, dass diese ja gar keinen Schaden macht. Und Waffen, ähm, dürfen wir ja gar nicht mitnehmen. Ich nehme die auch nicht mit, bis ich eine andere Fähigkeit gefunden habe, denn wir wollen ja der Avatar sein. Und ihr seht auch, Leute, ich habe schon den Avatar in der zweiten Variante freigeschaltet, dass die Gegner komplett verwirrt sind. Und ich habe auch Disney Mode hier, den Aang gerade benutzt hat. Und jetzt muss ich gucken, kann ich ihn überhaupt eliminieren? Geht das überhaupt? Denn ich bin der einzige Avatar auf der Map. Digga, wie viel Leben hat er? Holy Woh, lieber Crowdy. Wie viel Leben hat er? Nein, 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 nein. Ich muss hier weg. Digga, das kann doch nicht wahr sein. Wie stark ist der? Ich werde es natürlich nochmal versuchen. Digga, das kann nicht wahr sein. Wie soll ich so die Gegner eliminieren, wenn ich nicht mal ihn hier holen kann? Komm, 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 wir schaffen es. Und jetzt sind wir der einzige Avatar auf der kompletten Map. Ich hoffe, er hat hier was zu healen. Sein Geist ist noch am Start. Er hat Impulsgranaten. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Und wir nehmen auch ein paar Flowberries, damit ich mich auch ein bisschen healen kann hier, Leute. Und natürlich werde ich heute wieder einen von euch adden, der meinen Creator-Code KUSKUS im Itemshop eingetragen hat. Das supportet mich sehr. Dauert euch nur ein paar Sekunden. Und ich habe vergessen, einen Namen rauszukopieren. Deswegen muss ich kurz mal in die Kommentare schauen, Leute. So, ich habe mir einen Namen rauskopiert. Und natürlich hoffe ich, dass du den richtigen Epic Games Namen eingetragen hast. Und ja, es hat funktioniert. Freund hinzufügen. Und ich hoffe, du freust dich, Bro. Let's go. Wir brauchen aber jetzt eine Fähigkeit, mit der man Schaden machen kann. Denn sonst kommen wir heute nicht so weit. Und ich darf ja auch erst schießen, sobald ich angeschossen werde. Und er hat direkt die Freundschaftsanfrage auch angenommen. Holy Moly Macaroni. Und ich hoffe, er lädt mich jetzt nicht die ganze Zeit ein. Sonst muss ich ihn wieder löschen. Jetzt weiß ich auch nicht, wie lange ich dafür suchen muss, bis ich diese Fähigkeiten finde, mit denen man Schaden machen kann. Es leben auf jeden Fall noch 72 Spieler auf der kompletten Map. Das Gute ist, nein, 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 absolut nicht gut. Ich werde schon angeschossen, Leute. Das ist gar nicht gut. Wir müssen, oh mein Gott, oh mein Gott. Ist das eine Fähigkeit, mit der man Schaden machen kann? Die Wasserbändigung. Let's go. Und jetzt müssen wir direkt mal schauen, wer mich da angeschossen hat. Wir gehen, glaube ich, direkt nach oben. Und ich werde auch hier eingeladen. Ihr seht schon, das ist kein Fake. Ich habe ihn gerade geedet. Der denkt sich, holy moly. Oh, die schießen auf mich. Das heißt, ich könnte ja theoretisch jetzt schon auf die schießen. Und das werde ich machen, denn meine Tarnung ist auf jeden Fall aufgeflogen. Und es tut mir leid, Bro. Der haut ab. Der haut ab. Wir haben ihn. Wir gehen direkt hin, Leute, und machen den Looser Dance. Nein. Komm schon. Ich will doch nur der Arbeiter sein. Ihr könnt euch mit mir anfreunden und so. Okay, wo ist dein Teammate? Willst du mir das verraten? So, da bin ich auch schon wieder. Wo willst du hin? Ähm, du weißt schon, dass ich nicht der... Wow, wow, wow. Ich bekomme Karma. Ich bekomme Karma, Leute. Der hat das gesehen, der Teammate. Der muss auch weg. Weg mit ihm. Er rennt weg. Er rennt weg. Natürlich habe ich das Ganze jetzt hier im Null-Bauen-Modus gestartet. Weil im Bauen-Modus wäre das, glaube ich, viel, viel zu schwer. Digga, sind hier überall Gegner? Wo ist er denn? Er wartet, glaube ich, im Busch. Das heißt, wir gehen hier rein. Im Nahkampf bin ich aber absolut nicht gut. Wo ist der hin? Der schießt noch, oder? Der weiß, dass ich im Busch bin. Und gucken, ob ich mich vielleicht hier anfreunden kann. Komm. Sieht der mich? Schießt der auf mich? Komm, wir sind ganz nett. Wir sind ganz nett. Hallo? Da vorne? Ah, der will weiter looten. Aber der weiß eh, dass ich kein echter Boss bin. Der weiß, dass ich da oben ist. Guck mal, wie er rennt. Nein, nein, nein. Oh nein. Der checkt es, glaube ich, nicht. Hä? Ist er lost? Ich habe gerade deinen Teammate-Hopps ge... Okay. 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 Okay, dein Aim ist absolut schlecht, Bro. Es tut mir sehr, sehr leid. Und wir haben ihn eliminiert und machen jetzt den Loser-Dance. Digga, ich weiß nicht, ob ich heute Karma bekommen werde. Das Coolste wäre natürlich, Leute, wenn ich irgendwie noch die anderen Elemente haben könnte und finden würde. Aber dafür müssen wir, glaube ich, hier in die Mitte gehen. Denn da bekomme ich die Erdfähigkeiten. Das wäre so, so nice, wenn ich alle Fähigkeiten auf einmal hätte. Digga, und wenn wir so den epischen Sieg holen, das wäre absolut krass. Oh, hier sind Gegner. Wir können uns ja mal da anschleichen und gucken, ob wir uns da irgendwie einmischen können, Leute. Aber ich weiß nicht, ob das zu auffällig ist. Ich nehme mal jetzt die Flowberry in die Hand. Oh nein, da sind sogar zu... Oh nein, oh nein, oh nein, die sind da oben. Nein, 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 ich werde schon angeschossen, glaube ich. Die checken das, die checken das, Leute. Warum checken die das? Okay, der hat es gecheckt. Komm, komm, komm. Nein, nein, nein. Null bauen ist nochmal eine andere Lage. Äh, okay. Ich meine natürlich eine andere Liga. Aber zum Glück bin ich hier im Busch. Ich gehe einfach jetzt hin. Ich gehe einfach hin. Bevor er den healt. Let's go, Leute. Alter, diese Fähigkeiten sind zu OP. Und wir haben ihn... Nein, nein, nein. Ich bin nett, ich bin nett. Flowberry in die Hand. Ich bin ein Bot. Ich bin ein Bot. Digga, es kann doch nicht wahr sein, dass die immer direkt... Komm, komm, komm. Warte mal, ich kann ihn ja irgendwie in die Luft jagen. Bam. Habt ihr das gesehen? Und jetzt? Ja, das war es mit dir. Wo ist dein Teammate? Komm. Sag es mir. Der wird halt jetzt bestimmt seinem Teammate direkt Bescheid geben. Aber wir gehen jetzt einfach hier weg. Der kann den ruhig rebooten. Mir egal. Den kläre ich mir fürs Ende. Komm, wir gehen weiter. Aber ich vermute mal, dass die Fähigkeit schon weg ist. Okay, let's go. Nein, die ist noch da, Leute. Let's go, let's go, let's go. Wir nehmen die auf jeden Fall mit. Und jetzt haben wir hier die erdbändige Fähigkeit. Können Gegner wegkatapultieren. Und zwar so. Oder gleichzeitig eine Mauer machen. Und sogar mit Felsen schießen. Oh mein Gott, Digga. Wenn wir so den epischen Sieg holen, das wäre so krass. Oh, die sind da hinten am Fighten. Soll ich mich einmischen? Oh, ich wollte bauen. Ich wollte bauen. Das war es komplett. Ich wollte gerade Ausreflex bauen. Digga, ich habe nicht gecheckt, dass hier ein Gegner ist. Ich habe nicht gecheckt, dass da ein Gegner ist. Okay, wir haben den. Und da hinten schießt noch jemand. Ich finish den jetzt einfach. Let's go. Das Gute ist auch, wir brauchen keine Munition. Der hat halt jetzt gecheckt, dass wir hier ein normaler Spieler sind. Deswegen kann ich ihn anschießen. Der will jetzt hierher kommen. Hat natürlich keine Chance. Alter, das ist ein bisschen schwer mit dir zu aimen. Komm, wir versuchen es hier mit Stein. Bam. Oh, es ist einfach so OP, Leute. Wir haben schon die sieben Kills. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal auf der Map, wo wir als nächstes hin könnten. Ich schütze mich jetzt hier einfach mal. Bam. Hier kann mich keiner bekommen. Schauen jetzt auf der Map nach. Können wir hier irgendwo zu feuern? Hier hat einer ein Medaillon. Wir könnten jetzt hier theoretisch hin, um zu gucken, ob da eventuell die Feuerfähigkeit am Start ist. Denn dann hätten wir alle vier Elemente. Und da gehen wir jetzt auch direkt hin, Leute. Okay, wir sind jetzt angekommen und gucken mal, ob wir jetzt hier ein paar Truhen öffnen können. Hört ihr das? Was ist das für ein Sound? Bin ich irgendwie verbuggt? Das hört sich irgendwie komisch an, Mann. Ich höre die ganze Zeit so einen Avatar-Sound. Vielleicht transformiere ich mich gerade oder so. Das war es komplett, Leute. Vielleicht muss ich ja hier mal tanzen. Oder was muss ich machen? Ich weiß es nicht. Oh nein, die sind direkt hier irgendwo. Alter, es ist so verbuggt, der Sound. Vielleicht habe ich hier irgendwas gerade aktiviert. Digga, das hört sich richtig komisch an. Ich höre gar nichts außer diesen Sound. Oder ist das das hier? Das ist die Luftbändiger-Fähigkeit. Okay, wir gucken mal hier. Hier ist eine Truhe. Oh, Banane könnte ich auf jeden Fall mitnehmen. Ey, Leute, ich checke gerade nicht. Es tut mir sehr, sehr leid. Aber der Sound ist komplett verbuggt. Oh, der Soundbug ist weg. Er ist weg. Let's go. Okay, jetzt kann ich die Gegner auch hier irgendwie hören. Die gehen, glaube ich, bestimmt zur Insel. Ja, die müssten hier irgendwo sein. Oh, äh, ich... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin aufgeflogen. Der haut ab. Sind das die mit dem Medaillon? Das wäre krass, Leute. Okay, wir haben die. Nein, das waren nicht die mit dem Medaillon. Aber die haben mich halt gesehen, weil ich mich hier so offensichtlich bewegt habe. Da hinten schießen auch welche. Die schießen hier gerade. Können wir irgendwie nach da oben kommen? Komm, komm, nein. Wir müssen irgendwie hoch, Leute. Wir brauchen den High Ground. Let's go. Bam. Bam. Wo sind die? Wo sind die? Die haben auch schon gecheckt, dass ich es bin, ne? Die haben meine Schritte gehört. Digga, wie ich die alle hops nehme, das ist so krass. Oh, da kommen noch welche. Oh mein Gott. Was soll ich tun, Leute? Hier sind so viele. Die muss ich hops nehmen. Hab ihn. Ist noch irgendwo jemand? Oh nein, oh nein, oh nein. Hab ihn gefinisht. Oh nein, hier sind zu viele, Leute. Ich muss hier erstmal weg. Safe spielen. Die haben sogar ein Medaillon. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wo ist er? Die haben sogar zwei Bots rekrutiert. Komm, komm, komm. Der will den jetzt rebooten. Hinter mir sind auch die mit dem Medaillon. Der will den rebooten. Und wir haben ihn. Let's go, Leute. Wir haben sie. Ja, hier wird niemand gerebootet. Und wir machen direkt den Looser Dance, Leute. Und den Greedy auch. Easy peasy. Die schauen mir gerade zu. Oh mein Gott, die sind so getriggert. Egal. Wir gehen aber jetzt weiter in die Zone. Und das geht natürlich sehr, sehr gut mit der Luftbändiger-Fähigkeit, Leute. Wir könnten uns da hinten vielleicht einmischen. Weil ich will ja natürlich den epischen Sieg bekommen. Oh, die sind hier. Irgendwo hier habe ich doch gerade jemanden gesehen. Ah, die kommen da mit der Seilbahn. Wir könnten theoretisch jetzt so tun. Ja, bis die auf mich schießen. Der geht mit der Seilbahn runter. Wir nehmen meine Pickaxe in die Hand. Ich darf natürlich nicht stehen bleiben, weil sonst werde ich gesnipet. Oh, da kommt einer hoch. Da kommt einer hoch. Hat er mich gesehen? Ja. Er hat mich gesehen und will mich snipen. Nee, nee, nee. Nicht mit mir. Nicht mit mir, Bro. Weg mit dir. Der wollte mich snipen. Ich habe es ganz genau gesehen. Okay, wir müssen den Looser. Denz machen. Äh, falsch. Easy. Okay. Hatte der irgendwas Gutes? Hatte der vielleicht die Feuerbändiger-Fähigkeit? Wo ist sein Duo? Wo ist sein Duo, Mate? Ihr müsst halt verstehen... Oh nein. Oh nein. Oh nein, der kommt gerade hoch. Oh nein, der gönnt sich hier einen Strudel. Ich muss in die Zone. Das ist sehr, sehr wichtig. Der ist hier hinter mir. Wir könnten hier theoretisch bleiben. Da hinten ist er, Leute. Okay. 48er Hit. Wo sind die anderen? Okay, wir gehen nach da oben, würde ich sagen. Der ist jetzt hier in der... Ah, der hat das Medaillon. Das sind die beiden mit dem Medaillon. Okay. Bisschen Schaden gemacht. Ihr müsst mal versuchen, nur mit den mythischen Fähigkeiten zu spielen. Ey, das wäre so bitter. Oh nein. Der mit der Siegeskrone hat ihn geholt. Oh, die haben auch die Fähigkeiten. Das ist die Feuernation. Weg mit euch. Hier. Mein Gott. Es sind nur noch drei Gegner. Und ich habe die 13 Kills. Oh, die haben den Sniper. Guck mal, was die da unten machen. Machen die auch diese Challenge hier? Komm, komm, komm. Den holen wir uns. Ich hoffe, das ist der mit der Siegeskrone. Schade. Wir müssen aber jetzt ein bisschen nach unten. Das ist ein bisschen blöd. Und er lädt mich schon wieder ein. Können wir damit irgendwas zerstören? Nein. Wir müssen jetzt irgendwie aufs Haus kommen. Wir gehen jetzt erstmal hier runter. Ich könnte natürlich hier bleiben oder aufs Haus gehen. Ich gehe aufs Haus, Leute. Oh mein Gott, das war perfekt. Komm, komm. Oh mein Gott, die sind so low, ne? Hier ist einer. Die haben beide die Luftbändiger-Fähigkeit. Die kommen auch hier hoch. Safe call. Hab einen. Das ist der mit der Siegeskrone, Leute. Let's go. Ich könnte die Krone aufheben. Das ist arm. Und hier hinten ist noch jemand. Wo ist er? Der läuft da hinten rum. Wo ist er? Oh mein Gott, er ist so low. Er tut mir so leid, ne? Ich muss mich eigentlich versuchen, mit dem anzufreunden. Ich glaube, ich gehe jetzt nach da oben. Zack. Easy peasy. Und ich versuche, mich mit dem anzufreunden. Komm, komm. Wo ist er? Wo ist er? Es sind noch zwei Gegner. Oh, die Siegeskrone. Die würde auch schmecken, Leute. Da ist die Siegeskrone. Komm, 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 komm. Die schmeckt. Und die Feuerfähigkeit. Oh mein Gott. Wir haben alle Fähigkeiten. Let's go. Wir gehen jetzt nach da oben. Der wird halt jetzt checken, dass ich ein echter Spieler bin. Wir gehen aber direkt komplett nach oben. Nein, 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 nein. Nein, dann was tue ich? Das war komplett fail. Schaffe ich es jetzt irgendein? Oh nein, hier ist der andere. Der hat die Medaille. Oh, ich muss die Banane essen. Komm, ich muss da irgendwie hochkommen. Wieso funktioniert das nicht? Komm. Enttäusch mich nicht. Ich muss nach oben. Ja, 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 ja. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Hä? Wir haben einen epischen Kronensieg bekommen. Ich glaube, der Aang hat es nicht in die Zone geschafft. Und ich hatte ein bisschen Luck, weil ich noch das Medaille bekommen habe. Leute, lasst dafür ein Like da und ein Abo, Leute. Holy bolly, wir haben die 15 Kills. Macht das Ganze nach. Macht ultra Spaß. Let's go. Ja, das sonst. Vielen Dank.